Haben Sie eine Wikiminute, um zu erfahren, wer für den Inhalt verantwortlich ist? Wikipedia hat keine bezahlten Autoren. Vielmehr werden alle neuen Informationen von Freiwilligen hinzugefügt, die sich gemeinsam um die Überprüfung der Fakten und die Moderation kümmern. Jeder kann Wikipedia bearbeiten, soweit man sich an die Standards hält. Inhalte müssen aus zuverlässigen Quellen stammen. Die Artikel müssen neutral verfasst werden. Editoren diskutieren, bis alle eine einheitliche Entscheidung treffen. Jeder muss dazu beitragen, ein freundliches Umfeld zu schaffen. Und alle Inhalte müssen kostenfrei lizenziert werden. Diese Standards tragen zur größten kostenlosen Enzyklopädie bei. So sieht also die Zuständigkeit für den Inhalt von Wikipedia aus. In nur einer Minute.